Okay, gut zu beginnen. Wir spielen Summerland New Game Fire Games Tunity, jetzt gehts richtig los Summerland Ich hoffe, das Spiel geht nicht allzu lange Ewig wollte ich jetzt nicht mehr spielen New Game Con Steht an der Wand Telefon Können wir es nutzen Es hört nicht so aus Oh Es klingelt Oh Okay Hello Well, you're probably pretty confused And that's fine It's to be expected But, look, I have to explain all this constantly And I don't really care to do it again I'd say I do it hundreds of times a day But time doesn't really exist here So, look All you need to do is walk outside into the hallway And into your first trial Your body will be reenacting events exactly as they had occurred before Simply put Your free will won't exactly be that free anymore I'll be watching you so I can tally up your score But, fair warning I typically deal with the Um Let's just say the people I judge typically score on the Lower end So, have fun with that on your mind So you understand what you're supposed to do? I'm just kidding I know you can't respond I've set all this up so you can't talk I know, I know, it seems a bit harsh But, if you had to listen to people panicking for eternity You'd get pretty sick of it too Oh, where am I? What's going on? I want to see my family It gets annoying You know, it's almost like no one even reads the sign I put up Alright, enough talk And I move to the hall and start your first trial Let's get this over with They are on kapitel 2 Kapitel 3 4 5 6 7 8 And we have the final or what? You must complete your trials Okay We have eight stories We have eight stories Eight stories Three stories What's going on, Evelyn? You look not too hot Aha! Ach du Schreck! Schaut auf das, macht mich schrecklich fühlen. Ich werde es nicht mehr zu tun. Ja, es ist schwer die ersten paar Mal. Du bist nicht ein realer Investigator, bis du nicht auf dem Körper spielst. Matt! Ich kann nicht mehr darüber sprechen, was anderes? Hast du den Rapport gesehen? Nein, nicht noch. Ich werde es sehen. Ich versuche deinen Essen, während ich da bin. Sehr lustig. Ich muss den Rapport anschauen, um zu sehen, was ich mit arbeite. Ich glaube, ich werde es auf dem Kruiser verlassen. Okay, da liegt ein Messer. Ich werde den Teufel tun, das Messer aufzuheben. So bedeutet, bin ich nicht am Tatort, das Messer aufzuheben. Ich habe genug Krimis gepackt. Das Klung. Können wir nicht aufs Klung gehen. Ich glaube, wir können auch generell nicht. Das bewegen. Ich werde auch nicht die Axt anfassen. Ich werde auch nicht mit einer Waffe am Tatort auftauchen. Wie blöd hält mich das Spiel. Okay, ich komme nicht lang. Wir müssen irgendwas machen. Du musst mit allen Dingen interagieren und sie finden. Denn du bist der Mordanmittler. Achso, ich bin der Mordanmittler. Das muss mir doch jemand sagen. Ähm. Und ich versuche hier zu unterkommen. Achso. Ja. Ich bin also Polizist. Das ist also mein Polizisten. Mein Polizeiauto. Aha. Jetzt können wir doch die Drahtwürfen einfassen. Okay. Mit der Axt konnten wir was machen. Der Axt ist scharf. Gut für das Holz, aber ich glaube nicht, dass es in der Mörder benutzt wurde. Ja. Das war offensichtlich das Messer, was hier benutzt wurde. Den kann man nicht untersuchen. Okay. Okay. Es geht darum, dass du gestorben bist und nachlebst. Wie es dazu kam. Und ob du im Himmel oder in der Hölle landest. auch schon wieder so ein Himmel oder Link. Den haben wir doch uns schon untersucht. Okay. Okay. Gut. Wir haben dazu, dass wir hier ein Messer liegen haben. Hier eine Patronenhülse umliegt. Wie haben wir uns gewährt. Deshalb ist da eine Patronenhülse. Eines Messers. Eines Messers hier ganz offensichtlich. Die Mordwaffe. Okay. Wir haben uns scheinbar noch hier irgendwie hergeschleppt. Gibt es noch einen Leiten, noch eine Spur hier. Aber da können wir nicht lang. Warum können wir uns nicht so weit bewegen? Warum können wir hier nicht? Na komm. Wir können hier nicht weiter. Warum das nicht? Unsichtbarer Wand. Hier hoch können wir auch nicht. Tja. Zurück durch die Tür. Die Tür ist offen. Aber zurück können wir nicht. Ja. Ah, hier ist die Tür. Okay. Was, wo, wer, was, wo. Was, wo, wer, was, wo. Na jetzt können wir hier gehen. Okay. Scheinbar. Wir können es frei bewegen. Können wir aufs Klo. Ja. Ich gehe nicht in da. Ich muss nicht. Okay. Verständlich. Jetzt können wir hier der Blutspur nachgehen. Das sieht doch interessant aus. Hier hat jemand geblutet. Hier wurde jemand den Weg lang geschleppt, während er geblutet hat. Oder ist es lang gelaufen. Während er geblutet hat. Oh, hier ist eine ganz große. Blutlacher. Hier geht es weiter. Hier geht es weiter. Schau. Schau. Schau dich mir um. Schau mich doch gerade um. Völlige Blutspur. Oh. Ich habe ein Foto gemacht. Aha. Medikamentenlose. Schau. 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 Jetzt können wir nicht fotografieren. Aber die Linie. Die Blutlinie. Was ist Blutlinie? Das Blut geht hier weiter. Bluttrail geht in diese Klo. Ich muss sich vorsichtig sein. Schau. War der Woll. Ich habe ihn gesehen, dass er in seinem Kloz sah. Auch tiefer. Bestsehbar hat er mertet von voller Schufe. Wahrscheinlich nicht zu lange nach wie sein, in der dauerung liegt. Okay, hier lag die Leiche. Ich bin scheinbar hier mitgeschleppt. Und hier herausgeschleppt. Ich meine, wir sollen ins Meer anschauen. Zum Gras und so. Oder was wir hier noch sehen. Ein paar Steinbilder machen. Was soll denn hier sein? Du brauchst 9 Beweismittel. Standort 8. Ich habe gerade die Zahl 8 gesehen. Baumstumpf. Hinten leuchtet was. Oha. Was ist denn hier passiert? Tabletten. Ich muss schon mal Tabletten nehmen. Okay. Du bist doch bestimmten Beweis. Okay. Oha. Uh-huh. Okay. Ein Truck Camero. Okay. Der ist kein Beweis. Oha. Juhu. Juhu. Oh. Jesus Christ. Das riecht wie Scheiße hier. Das ist doch eindeutig mitweilen. Einmal zetteln. Fotografieren. Es sieht wie eine Liste von Klienten. Einmal messen. Okay. Hier haben wir eine Kanone. Oha. Dieser Mann war definitiv für etwas vorbereitet. Kannen von Essen? Wasserstoffen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es relevant ist. Aha. Tabletten im US-Gesundheitssystem. Der Mann braucht eine GoFundMe Kampagne. Mal schnell. Äh. Da stimmt. Okay. Eine Zeichnung an der Wand. Warum können wir hier nichts fotografieren? Das ist doch alles hier irgendwie. Das muss doch alles hier irgendwie. Die Axt könnte noch eine Sache sein. Mal. Wenn man noch nicht fotografiert. Der Axt ist scharf. Gut für die Schraubung. Aber ich glaube nicht, dass es in der Mörder benutzt wurde. Hm. Okay. Hier mal lang. Hier sind wir noch nicht lang gegangen. Okay. Im Fluss vielleicht irgendwas. Anzeichen ruft es irgendwie. Was in den Fluss geworfen wurde. Guck mal eh nicht rein. Okay. So krass. Nachbeweisen absuchen. So krass. Nachbeweisen absuchen. Einen Tipp was wir machen können. Vielleicht gibt es ja einen Beweis, den ich offensichtlich übersehen habe. Eigentlich müssten die Blutspuren doch eigentlich eine Beweissache sein. Das war die nicht fotografieren konnten. Das haben wir schon fotografiert. Medikamenten Dose. Das haben wir schon fotografiert. So ein Pfad. Der führt hinauf. Was erwarten wir uns dort zu finden. Der Weg von vielleicht nicht nur auf den Boden blutzen. Auf dem Boden sind die Beweise. Soll ich in den Himmel starren oder was? Ja, aber das ist kein Beweis. Okay, den Weg folgen. Den Weg sind wir schon gefolgt. Da hinten leuchtet noch was. Das ist wahrscheinlich der Beweis, den wir schon fotografiert haben. Da waren wir schon. Okay, den Weg folgen. Da waren wir in der Höhle. Das haben wir auch schon. Das haben wir schon fotografiert. Hier waren wir schon. gut lachen. gut lachen. das hatten wir schon. Aha. Mal nicht auf den Boden gucken. Schöne Landschaft, aber so richtig was finden. Warum tust du das nicht fotografieren? Also Geld. Die erschreckt mich. Fünf von sechs. Da leuchtet noch irgendwas. Das ist nur das Licht. Ja, das ist nur das Licht, was durch die Bäume bricht. Okay. Fünf Beweise haben wir schon gefunden. Oh, eine Waffe. So. Ja. Ich kann mir ganz sicher nicht fotografieren. Ach doch, auf einmal geht's. Das haben wir die ganze Zeit schon gesehen. Die Truck vielleicht noch. Die Truck ist doch noch in weiß. Diese Truck hat sicher bessere Tage gesehen. Ich werde mich überrascht, wenn du es sogar rüberkommst. Hm. Okay. Vielleicht haben wir schon. Vielleicht haben wir schon fotografiert. Jetzt. Jetzt haben wir schon Zettelchen. Haben wir hier schon. Ich glaube, haben wir noch nichts. Ich fühle mich ein bisschen besser. Hast du alles, was du brauchst? Nicht noch. Ich werde weiter schauen. Okay. Ich werde dir weiter gehen. Ich kann nicht mehr gehen. Ich habe definitiv nicht genug Zeug gefunden. Hm. Okay. Ich glaube einen brauchen wir noch. Hinten im Haus mal geschaut. Rasenmäher. Das Skate habe ich auch schon gefunden, es lag mitten auf der Lichtung, mitten auf dem Weg. Das Skate habe ich schon gefunden, das ist wahrscheinlich nur ein Sonnenstrahl. Das haben wir auch schon fotografiert, die Pistole habe ich auch schon gefunden, die Funktion habe ich hier gefunden. Blutkeks ist scheinbar nichts zum Fotografieren. Die Axt ist nichts zum Fotografieren, der Truck auch nicht. Es ausschaut. Der Truck und die Axt, das wäre noch eine Sache. Die haben wir noch nicht fotografieren können. Ah, Steinchen. Da liegt die Waffe. Die haben wir auch schon fotografiert. Tja. Das Geld haben wir schon. Noch Vorschläge Mod. Sachen, die wir vielleicht noch nicht gesehen haben. Das hatten wir schon. Auf der Seite des Weges. Da bin ich gerade überfragt. Da bin ich gerade überfragt. Dich. 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 wo müssen wir noch was übersehen haben hier wir haben wir schon fotografiert die da neben der leiche die hatten wir schon die waren wir auch schon drin in der hülle das hatten wir schon noch mal und was stehe ich gerade auf dem schlauch im blick ist wirklich nicht welche nummer fehlt denn noch wenn ich das wüsste wo das irgendwo nachgucken nicht immer noch jetzt innen der nummern fehlt kann man es irgendwie raus sind welche ich nur noch fehlt so ein zettel die man arbeiten kann pistole haben wir schon stehen auf den lustigen schildern ach das kann ich jetzt nicht sagen das ist die fünf haben wir schon so kann ich dir sagen aber die liste davon habe ich jetzt nicht hast doch zugeguckt molly ist doch hier das klo ist kein beweis man das klo ist auch nicht der stuhl vielleicht im haus noch irgendwas im haus sind so viele beweisstücke die wir aber nicht fotografieren können zum beispiel die kanone hier Die Waffen, die wir noch hier haben, die Monizonen, Blechdosen, einiges wir hier noch fotografieren könnten, Schrank. Und ich habe eine Fotografie an der Liste. Das ist etwas in der Nähe vom Haus, in der Nähe vom Haus haben wir alles schon, Leiche haben wir, das Messer haben wir, die Kugel haben wir, nicht der Truck, auf dem wir nicht fotografieren können. Die Axt können wir auch nicht nehmen, die 3, 4 jetzt. Und was ist die 3, die Axt? Die Axt können wir nicht nehmen, jetzt hier jetzt noch nicht mit rein. Hm, um, die Maus Phonics. Ah, dann. Ich muss jetzt noch eine Komplettlösung googeln, oder was, um den letzten Beweis zu finden. Das kann ja hier nicht sein. Die 3 fehlt. So, ähm, wenn es jetzt an dem einen Beweis dran liegt, dann, wie heißt denn das Spiel überhaupt, das habe ich auch schon wieder vergessen. Tja, also. Summerland heißt das Spiel auf jeden Fall. Summerland. Komplettlösung. Ich finde es dann nur noch an der einen, und dann nur noch die 3 fehlt. Wahrscheinlich habe ich es schon, Wahrscheinlich habe ich es schon gesehen und bin schon mehrere Mal daran vorbeigelaufen und habe es halt bloß nicht fotografiert. Absolut. Absolut nicht. Hm. Tabletten, verschiedene Flaschen haben wir bekommen. Geld haben wir gesehen. Pistole haben wir gesehen. Pistole haben wir. Hm. Pistole haben wir. Imposieren. Ja. das blut an toten an dem hinaus auch saulanger das blut an toten an dem toten hier oder was ich schon mehrfach versucht zu fotografieren die komplette lösung verreden wir nix sehr schön komplett lösung welches blut näher ran als ob das war jetzt ich habe die leichte schon das war es jetzt wir haben doch hier schon ihn fotografiert warum sollten wir das blut noch mal das ist absolut kennenzulernen ich bin komplett mit dem ich hilft na dankeschön so mal fertig Ich sollte wirklich mit Evelyn sprechen, bevor ich weggehebe. Ich denke, wir haben mit Evelyn. So, he took a gamble and stabbed his dealer. In turn, the dealer acted in self-defense and shot the guy, killing him. Scared, the dealer grabbed everything and ran, or at least got away as fast as he could with a stab wound. He tried to discard the evidence as he went, but he didn't really have time to hide it. He got to the cave before realizing he couldn't get any further, so that's where he stopped, to bleed out, and die. Oh, Jesus. Again, that's just my theory. There'll be a whole lot more review, and it's just a whole process. Yeah. Hey, Matt? Can I ask you a question? What's up, Ev? Why? Why do you think this happens? What do you mean? The drug deal gone wrong? No. No, just... These... People. Why did they resort to this? It just seems like some people... don't see right and wrong. Maybe I'm just being naive, but I can't put myself in that headspace. Killing another person by choice? Hmm. I don't know if anything brings them to it. I think they may just be that way. Hardwired to do wrong. I don't know. I don't have much remorse for them. They've done bad. In my eyes, if you do something wrong, you deserve what's coming to you. You can't start sympathizing for them. That's when you start... getting bad at your job. Yeah. Yeah, that makes sense. Alright, let's get back in the cruiser. Head back to the precinct. I need to sort through all of this. Yeah. Right behind you. Android. I just... ... ... ... ... ... ... ... ... ... schaltet 1 ist in einer rei so ich gebe man nicht ran hin zurück zum menü da war sommer land angespielt kapitel 2 muss man sich noch mal angehen aber versucht man das letzte es ging noch lange genug da bin ich nach oben soll sich gefallen haben lassen aber da neuer seit und wir sehen uns nächsten als test im nächsten stream im nächsten video auf dem kanal wieder größe hinaus an youtube damit nach oben ab oder lassen falls noch nicht gesagt habe und ja habe vor allem einen geniehen tag und man sieht sich haut darin schau schau Untertitelung des ZDF, 2020